So, herzlich willkommen zu den neuen neuen Paladins, endlich mal wieder, nachdem ich irgendwie das ganze Wochenende kein Video gemacht habe. Entschuldigung deswegen, aber ich musste leider noch was fertig machen, hatte doch etwas länger gedauert, aber jetzt gibt es zumindest diese Woche lang Videos und ich bin tot. Ich bin nicht tot, ich bin tot. Aua. Ich muss sagen, in letzter Zeit so ein bisschen Paladin zu spielen macht wirklich wieder viel Spaß. Also zumindest habe ich die letzte Partei nicht gespielt, deshalb finde ich es gerade echt cool. Außer das hat mein Team irgendwie gerade so ein bisschen hart versagt, aber das ist ja noch alles. Oh nein, du wirst sterben, du blöde Ratte. Die Ratte hat mehr Schaden gemacht als ich. Oh, habt ihr das eigentlich auch mitbekommen? An der Harvest Expo wurde ein kleines Video, also so ein Cinematic vorgestellt, bei dem sie die neuen Champion zeigen, der dann bald rauskommt ohne der Rivale von Rorm, welcher ein Tiger-Mensch ist, welcher irgendwie... Also soweit ich weiß in der Lore ist es so, dass Meve so ein Halbtiger-Ding ist. Und es könnte sein, dass es der Vater von Meve ist und das wäre echt cool. Und er hat ein Schwert und alles. Ich weiß halt nicht, ob das halt ein richtiges Schwert ist oder ob das so ein Schwert wie bei Dings ist. Wie bei Sint, oder es halt, naja, ein Schwert ist, welches Flammen schießt. Aber, aua. Besser läuft es echt gut. Aber es ist echt ein cooles Cinematic. Ich verlinke es am besten unten in der Videobeschreibung, falls ihr es euch anschauen möchtet. Und es ist so eine Art Rivalen-Ding halt. Wahrscheinlich ist es halt so, dass vielleicht dieser neue Champion dann so ein bisschen besser gegen Rorm ist. Das könnt ihr mir gut vorstellen, weil das haben die schon Smite gemacht mit Zed und Horus, welche halt von der Mythologie Rivalen sind oder halt Gegner sind. Und ich schaffe hier bisher gerade gar nichts. Und jedenfalls ist es dann so, dass halt der Passive so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist, dass halt, wenn der eine von dem anderen angegriffen wird, kriegt er halt zusätzliche Stacks für diese Fähigkeit. Und vielleicht gibt es hier anderen auch irgendwie sowas in die Richtung, nur dass Rorm halt sowas gar nicht hat. Aber vielleicht hat dann dieser neue Champion etwas, welches halt effektiver gegen Rorm ist, aber nicht andersherum. Okay, ich habe ihn. Sehr schön. Ich nehme mich auch unsicht beim Machen, Strix. Ich habe mich nicht aufdecken sollen, das war echt doof. Ich hasse dich, Tyra. Wieso ist Tyra so ekelhaft? Also, Moment, verteidigen wir es uns jetzt gerade echt schwer zu kommentieren. Ich weiß nicht, wieso. Also, es waren wirklich nur ein paar Teile, die ich halt nicht kommentiert habe oder halt nicht aufgenommen habe. Danke. Und es fühlt sich gerade so ultra schwer an. Oh, na gut. Hey, was machst du da? Nein. Sehr schön. Wie habe ich den Lasset bekommen? Ach, keine Ahnung. Hi. So, auf geht zur zweiten Runde. Mal sehen, ob es jetzt halt hier klappt besser und so weiter. Das sage ich immer, absolut immer. Also, an sich könnte man theoretisch von allen meinen... Ich gehe einfach. Nein, danke. Und nein, danke. Oh, gut, dass die Rath sie weggeportet hat. Ähm. Ihr fangt mal das da. Ich möchte bitte überleben. Ich darf den nicht überleben. Ich habe aber zwei getötet. Okay. Ich habe einen Tripper King gemacht. Ach, Mann, ich habe da nur eine Bombe dahinter geworfen. Na gut. Niemann habe ich was erreicht. Ein Team. Oh. Mein Team steht daraus, dass der Kahn hier auf dem Punkt steht. Na gut. Kann die Rath bitte aufhören? Oh. Das ist echt unverlässlich. Und wieso hat sich das Feuer so weit ausgebreitet? Du. Ich habe mich versöhnlich getarnt und wieder enttarnt. Das war echt klug. Wie ihr sehen könnt, heute ist es so ein richtig schönes Pro-Gameplay von Sky. Ich sterbe kein einziges Mal und töte absolut jeden Gegner. Ich habe mir Flinkheit, weil sonst komme ich an die Gegner nicht ran. Ach, Mann. Das ist schön. Mit Spaß. Vernichtet zu werden. Ich hatte die Lust, mal ein Smite zu sehen, weil irgendwie in letzter Zeit spiele ich sehr, sehr gerne Smite. Und vielleicht mache ich dazu ein Video, wenn ihr Lust drauf hättet. Hi, Navigate. Ich habe da... Fehlt. So ist das Wort. Ach, Mann. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Da war doch gerade jemand. Ja, stirb. 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 Er macht mehr Schaden an sich. Also, ich meine, im Moment läuft sie ziemlich gut, weil... Das Kart, es bewegt sie sogar vorwärts. Das ist was ganz Neues. Nämlich hier irgendwo ein Gehen. Er kommt schon. Wir müssen hier so ganz Flanker-mäßig sein. Ich sollte verschwinden. Nein, nein, daneben. Ich bin gar nicht hier. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich will doch gar nicht hier sein. Aua. Ich kann gegen den blöden Talos nicht gewinnen. Er macht einfach viel zu viel Schaden. Äh, mein Team ist gerade nicht so ganz am Leben. Komm schon, jetzt töte ich den. Ich muss nur alles treffen. Okay, ich dachte, es war Talos, aber... Wieso heilt die sich so krass? Ja, ich bin tot. Und dieses Feuer, wieso breitet sie es eigentlich immer zu einem Spieler aus? Es ist so... Programmiert? Also, ich meine, ist es wirklich so, dass es zum Spieler ausbreitet, oder... Habe ich da gerade einfach mit Pech und sei immer bei mir? Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, das durchzupushen. Ich stehe auf zu 10. Die Runde funktioniert prima. Wir haben es nicht geschafft. Yay. Weiß nicht, schaffe ich es nochmal zu sterben? Ich glaube, leider nein. So, auf jetzt zur dritten Runde. Und... Also... Die da vorherigen, die haben ja echt gut funktioniert. Also, ich habe hier keinen Zweifel, dass wir das gewinnen können. So, ich gehe da nicht rein. Weil, da ist ganz sicher so ein Domantalus. Nee, der ist hier. Ich will hier gar nicht sein. Ich habe eigentlich... Eigentlich will ich in dem Match nicht mehr sein. Hilfe, nein. Du... Wehe. Geh weg. Okay. So. Ich habe sie verfehlt. Perfekt. Hm. So, den da. Ich hätte mich nicht unsicher machen müssen. Ach, verdammt. Ich habe es nicht um die Ecke geschafft. Hey, wir haben wieder einen Punkt. Das ist mal was ganz Neues. Wobei... Ich kann Kahn töten. Weil Kahn macht nicht so viel Schaden, dass er mich instant killt. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Und hier ist es verfehlt. Und ich wurde angeschossen. Und ich bin tot. Wieso sterbe ich einfach die ganze Zeit? Ich würde schießen die immer nur auf mich. Kommt, sterbt alle, bitte. Okay, sie sind fast alle tot. Naja, nicht annähernd, aber... Gut gemacht Sinn. Ach, Mann. Dieser blöde Ratio überlebt ja auch alles, oder? Da ist er. So. Und hier entlang. Weg mit ihm. Weg mit ihr. Weg mit ihm. Okay, sehr schön. Wir beenden das jetzt ganz einfach. Sonst ist es mein Plan. Sie lebt leider noch, verdammt. Kommt schon. Schieb weiter. Los, Kahn. Beeil dich. Ne, danke. Ich bin unsichtbar. Ich bin gar nicht hier. Das hat echt wehgetan. Oha. So. Kahn ist tot. Bin ich auch aufgedeckt? Ich weiß. Ja, ich bin aufgedeckt. Gut zu wissen. Aua. Verdammt. Ich glaube, das können wir nicht durchgepusht. Ach, Mann. So. Ich bin in meiner Testo hingeblieben. Und wir haben es nicht geschafft. Du stirbst noch. Er stirbt nicht. So, ich musste ganz kurz weg. Aber das ist doof, weil es hat mein Team ja gerade schon verloren. Ach, Mann. Ja, ich glaube nicht, dass es jetzt noch gut aussieht. Wobei, mein Team ist wieder da. Ich bin wieder da. So. Jetzt haben wir die Chance zu gewinnen. Ist jetzt echt cool, wenn wir es schaffen zu gewinnen, obwohl ich gerade die ganze Zeit weg war. Endlich habe ich sie mal getötet. Oha. Weg mit ihr. Weg mit ihm. So, und weg. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Yay. Perfekt. Oha. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass doch ein Abo da. Vergesst nicht, die super tolle Superglocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.